Die Firma OpenAI hat in den letzten Wochen und Monaten durch ChatGPT für eine Menge an Wirbel gesorgt. Jetzt gibt es von den gleichen Macherinnen und Machern ein neues Tool, Whisper, ein Transkriptionsprogramm. Und was es kann, wie es funktioniert und was es auch in Verbindung mit ChatGPT leisten kann, das zeige ich in diesem Video. Es wird total spannend, bleibt also dran. Bis gleich. Whisper ist ein Transkriptionstool, das die Aufgabe hat, die Sprache von einer Audio- oder einer Videodatei in Text umzuwandeln. Einziges Manko, im Moment gibt es Whisper nur für macOS, also nur für Apple Computer. Es kostet 29 Euro, es gibt aber auch eine kostenlose Variante. Der große Vorteil ist aber, dass diese Transkription lokal auf dem Rechner stattfindet und nicht auf anderen Servern oder in der Cloud von irgendwelchen Anbietern, was im Bereich von Datenschutz und persönlichen Daten natürlich einen ganz großen Mehrwert gegenüber browserbasierten Transkriptionstools auch darstellt. Konkret funktioniert Whisper wie folgt. Ich habe es jetzt hier mal geöffnet hinter mir und ich habe auf dem Desktop auch eine Zoom-Aufzeichnung von einem Interview mit dem Sven Golob zum Thema Lego Serious Play. Und das lasse ich mir jetzt mal transkripieren. Dafür nehme ich einfach diese Datei und ziehe sie hier in das Fenster. Das Tool fängt jetzt an zu transkripieren, also das, was gesprochen wird, in Text umzuwandeln mit den jeweiligen Zeitstempeln. Und das Interview dauert 9 Minuten 39 und es ist jetzt 88, 93, 100 Prozent transkripiert. Ja, es gibt noch ein paar kleine Unfeinheiten. Mein Name Albers und jetzt hier dargestellt Eibers. Das kann aber natürlich auch an der Aussprache liegen, aber ich kann jetzt auch einfach reingehen und diesen Text entsprechend ändern. Eine tolle Möglichkeit, wie gesagt, einen Inhalt zu transkripieren. Und ich hatte ja auch angekündigt jetzt so die Brücke mit ChatGPT, denn ganz oft habe ich auch die Situation, dass ich auch von einem Interview nochmal eine Zusammenfassung brauche oder einen Blogartikel schreibe. Das heißt, jetzt kann ich mir das Ganze hier einfach kopieren, gehe in ChatGPT rein und bitte jetzt schreibe eine Zusammenfassung auf Deutsch von Doppelpunkt und kopiere jetzt einfach den kompletten Text rein und lasse ChatGPT jetzt schreiben. Der Text, der da rauskommt, der ist wirklich in Ordnung. Jetzt muss ich allerdings aber auch beachten, jetzt verlasse ich so diesen Bereich vom Datenschutzkonformität, denn die Daten, die jetzt natürlich in diesem Transkript sind, übermittle ich jetzt in diesem Moment natürlich auf die Server von OpenAI, amerikanische Server. Das heißt, das sollte ich dann auch wirklich nur machen, wenn in dem Text ja öffentliche Informationen nur sind und keine personenbezogenen oder sensiblen Daten vorhanden sind. Das muss ich im Vorfeld auch immer wissen, wenn ich mit solchen AI-Tools, mit so serverbasierten Tools auch arbeite. Aber wie gesagt, das ist eine tolle Möglichkeit, mir jetzt einfach in wirklich kurzer Zeit von einem Video eine schriftliche Zusammenfassung schreiben zu lassen für einen Bericht, für ein Protokoll oder eben für einen Blogartikel. Und ich bin immer noch total begeistert von dieser Kombination, aber vielleicht kennt ihr ja auch noch andere Tools und andere Möglichkeiten, andere Kombinationen, mit denen ihr arbeitet, von denen ihr gehört habt. Und lasst uns die einfach mal zusammentragen, darüber diskutieren, finde ich ein total spannendes Thema. Schreibt mir euer Feedback hier in die Kommentare. Ansonsten, ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss. Ansonsten, ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss.